Hi, schön, dass ihr da seid. Wir hängen immer noch an Dick und Doof. Los geht's und wir rennen wieder rein. Also, der Plan ist immer noch, ich mach erst den, ich mach erst Doof kaputt und kümmere mich dann um Dick. Allerdings würde ich Dick gerne ein bisschen kitzeln, bevor ich Doof töte. Ja, ich mach erst das. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hi, grüßt euch. Schön, dass ihr da seid, ihr zwei. Nein, ich bin in ihn reingerollt, weil der andere die Bewegung nach links gemacht hat und die Rolle dann immer so im 90-Grad-Winkel zu den beiden läuft. Kade. Okay. So, er macht da nochmal. Kann ich dazwischen vielleicht einen leichten Angriff drücken? Kann ich dazwischen einen leichten Angriff drücken? Jetzt hat er mir dick fokussiert. Und doof ist natürlich Wurzel-Instant hinterher. Dass man auch, da hat man, dass man getroffen werden kann, bevor die Aufstehanimation vorbei ist. Man kann die Tasten hämmern, so viel man will. Man kann nur sein Schicksal akzeptieren und in den Tod gehen. Ich habe jetzt da echt Schaden gekriegt. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ja, das mit dem Aufzug, ist tatsächlich... Yes! Das war die eine Folge. Nee, ich weiß gar nicht. Das eine Mal mit einem anderen Aufzug war ich dann genervt vom Aufzug, tatsächlich. Ach, ich treffe ihn nicht. Ja, nice. Ich habe... Okay. Es gab irgendwann ein... ...einen Stream, eine Folge, eine Aufnahme, in der ich... ...mit dem Aufzug... ...da hat mich der Aufzug getriggert. Aber das war nicht der Aufzug, das war irgendein anderer, glaube ich. Versuche ich es jetzt doch so, dass ich... ...erst... ...doof platt mache und dann mich um dick kümmere. Oh, oh, schlecht. Ja, sehr gut. Hat funktioniert. Wunderbar. Nee, 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 nee. Ich wollte es probieren. Das hat nicht geklappt. Boah, Leute, ey. Ja, und dann springt er so weit weg, dass ich... ...ja, da schon wieder. Ich... Er hebt das Schild nicht hoch. Er hebt das Schild nicht hoch. Obwohl... Und ich kann getroffen werden. Das ist... Das geht so gar nicht klar. Ich stehe auf und es gibt einen winzigen Bereich zwischen den I-Frames und dem Moment, dass er sein Schild hochhebt, in dem man getroffen werden kann. Und... Also... Unfairer geht es ja nicht. Und genau in diesen Momenten treffen einen die Gegner so oft in diesem Spiel. Ja, das ist ja nicht klar. Ich bin gespannt wie es in Dark Souls 2 und 3 ist. Ob es da diese Ungereimtheiten auch gibt oder ob sie das ausgebessert haben. Ich bin schon gehüpft, aber er wollte mir trotzdem eine mitgeben. Jungs, ist gut. Lass mich mal ein Schlückchen trinken. Ich habe wieder einen häufigen Blitzzyklus, in dem ich ihm auch nicht ausweichen kann. Ja, ich war gierig, gierig nach Schaden. Ne, doch es geht, doch ich kann ihm einen kleinen, kann ich ihm mitgeben in dem Moment. Jawoll, schon wieder, schon wieder so eine Nummer, in der man von dem einen gehittet wird. Aber die I-Frames reichen nicht aus, dass man wieder anfangen kann, sich zu bewegen. Habe ich andere Rüstungen oder andere Waffen, mit denen ich es mal probieren könnte? Es gibt Leute, die spielen das ohne getroffen zu werden, ne? Abartig. Heftig, krasse Leute, ey. Ach. Zentimeter. 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 Echt jetzt? und er trifft mich durch ihn durch das ist auch so ein absolutes no go dass die gegner unter sich keine hitbox haben von mir aus macht ihr euch keine schaden aber mich darunter leiden zu lassen wenn ihr euch gegenseitig anbragt ist ja gut jetzt ja ihr habt mich in die ecke gedrängt ich weiß wir können darüber reden leute wir können darüber reden und ich habe schon wieder in seine eier gehauen und er macht keinen schaden ich habe ihm schon wieder eine in seine eier gegeben und der andere mit seinen homing missiles ich würde jetzt sagen ich würde am liebsten gerade einmal ganz laut schreien ganz laut aber die mädels schlafen oben schon hallo mike schön vorangearbeitet hängen seit zwei stunden an diesen dämlichen an dick und doof oder noch länger keine ahnung und dann hatte ich eine runde in der ging es war es super und auf einmal kommt dick nimmt sich doof seine power und ist auf einmal britzel dick ist nichts außergewöhnliches für das erste mal aktuell schaffe ich es ja nur nicht also ich ich denke doof würde ich würde ich easy platt machen wenn ich nicht angst hätte dass mich dick danach killt mit seinem mit seinem britzel hintern die britzel arschbombe die ist mein untergang gewesen vorhin hier lang bitte jawohl das ist gut weiß kein schaden gekriegt ach er hat natürlich die reichweite des todes mal wieder am start oder sowas wenn sie dann meinen sie müssten gerade beide sonnen abartigen zyklus drin haben dass sie beide so ganz heftig hintereinander auf mich drauf prügeln eine figur von dragon slayer ornstein an neben seinem pc stehen also ich muss ja sagen cool aussehen tut er ja absolut also da bin ich bei dir hätte ich auch gern ganz ehrlich am liebsten in lebensgröße drei meter wenn du dann auch noch fünf meter fünf meter smoke daneben hast im garten oder so hammer natürlich treffe ich dich nicht nein ich habe ich habe in dem moment als ich geschlagen habe habe ich gemerkt dass er einen anderen move macht ich stehe doch nicht in seinem ich stand doch nicht mehr in seiner helle bade drin warum 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 nee lasst mich mal schön hier vorbei ich muss einmal saufen ich kann mir jetzt nicht ich kann mir jetzt sowas nicht ich und der brutzler kommt auch wieder ist am start der brutzler ist am start der schläft nie der brutzler trifft obwohl ich am ausweichen bin ich hätte das ziel umfokussieren müssen auf den dicken in dem moment weil der kleine mich ja nicht mehr hat treffen können scheiße das ist schlecht das ist sehr schlecht wir sind hier gerade im sandwich wir wollen kein sandwich sandwich mag ich nicht doch ich mag sandwich eigentlich sehr aber nicht dieses nicht dieses sandwich hört auf auch den anderen ich sehe ihn und er brutzelt mir eine nach der anderen und ich ich war ausgewichen ich war ausgewichen das ding ist an mir vorbeigeflogen und trotzdem ich ich glaube du merkst du kommst im richtigen moment 5 meter smorgengarten da sehe ich nicht irgendwann irgendwann sind die nerven einfach durch ich bin noch nicht bei viereinhalb stunden angekommen bisher war es nach viereinhalb stunden so es ist vorher passiert dick und doof haben es geschafft das limit runter zu setzen von viereinhalb stunden dick und doof haben das limit auf unter vier stunden gesetzt dass ich wahnsinnig werde und langsam sich langsam meine innereien auflösen und langsam sich langsam meine innereien auflösen die festung mit den fallen mit den mit den echsen menschen aus der zukunft ja ging eigentlich ich fand die die festung die gegen das war okay die geister habe ich nicht mehr gemacht das war ein bisschen ich habe und das ist alles noch offen da unten also ich habe noch viel offen ich frage mich wann ich da wieder hinkommen weil eigentlich denke ich mal dass das spiel mich da wieder hinschickt aber irgendwie heißt es auch ich soll die untoten befreien oder sowas und ähm und dafür muss ich einfach nur so ein siegel besorgen was heißt einfach nur schauen wir mal hi grüß dich servus ah natürlich darf ich dich nicht treffen ja wenn dein dicker kumpel da hinten ist der soll sich da ruhig mal ein bisschen weiter hinten aufhalten ach ne da ist er ja schon ja noch einen genau schade der dicke hat gerade einen wilden angriff gestartet naja oh okay geht einer einer geht sehr gut versuche ich jetzt doch erst einen nach dem anderen zu machen eigentlich ist das eine dumme idee einen nach dem anderen zu machen weil die superkräfte kriegen oh ich bin hier am ende des ganges huhu am ende des ganges ja ich hab's gewusst ich hätte nicht die gier war wieder die gier nach schaden war wieder da die gier nach schaden ja genau und warum warum hat der dicke kumpel keine hitbox was ist denn das was ist denn das das ist einfach nicht cool dass die untereinander sich keine hitbox dass die untereinander keine hitbox haben ist so einfach nur unnötig unfair also okay von mir aus sollen sie sich gegenseitig keinen schaden machen aber dass der eine mich durch den anderen durch treffen kann das geht nicht das geht nicht leute da liegen keine seelen deswegen hebe ich es nicht auf brauche ich nicht brauche ich nicht oh oh lasst mich saufen bitte lasst mich einen kurzen moment saufen mann ja also die festung mit den schlangenmenschen die war tatsächlich dann am ende auch relativ easy also nachdem ich meine waffe hart hochgelevelt habe bin ich da ziemlich schnell durchgekommen klar man hat es immer wieder probiert so bis man halt seinen weg kannte und wusste was passiert ich hatte ein bisschen probleme das obere leuchtfeuer zu finden bevor ich an den eisengolem gehe das war ein bisschen versteckt aber nachdem ich das gefunden hatte lag auch der eisengolem nach drei versuchen quälak hat drei versuche gebraucht also das war das war alles machbar und die zwei sind auch machbar ich versuche halt nur ich möchte wirklich dem dicken noch ein bisschen schaden machen bevor ich den dünnen kille ich habe den dünnen ja schon gekillt gehabt das ging und dann hat mich die power des dicken gekillt und ich sage immer wieder das gleiche und besser wird es dadurch trotzdem nicht aus das ist nochmal durch die ja einmal bis jetzt aber wie gesagt das war das hat relativ schnell funktioniert und da habe ich halt festgestellt so okay ich muss ich muss ich muss ich muss dem anderen ein bisschen schaden machen weil die plötzlich superkräfte kriegen und diese superkräfte die ich bin schon am überlegen ob ich einfach ob ich ornstein nicht doch einfach kill und mit den superkräften von smaug versuch klar zu kommen die brutzelei ist auch so ein ding ne so weil wenn ich mich nur um ihn kümmer das ist das geht wir jetzt schon zweimal gut getroffen gar kein ding seine brut seiner brutzelei kann ich auch ausweichen der dicke den den habe ich so im peripheren sichtfeld was der so macht ich muss sie halt beide sehen das ist ganz wichtig wenn ich sie nicht beide sehen kann dann habe ich ein problem lass mich mal dadurch bitte du sollst mich mal kurz dadurch lassen und nicht mich nicht blockieren hier so wenn ich so beide sehen kann dann ist das natürlich natürlich setzt er in dem moment in dem ich sind x drücke an zu seinem ansturm ach ja ich wusste es okay jetzt seid ihr beide gerade raus aus schaden ja ist okay das ist kein ding passt nicht hinter mich gehen das mag ich nicht und warum war das kein treffer ich schlitz ihm die eier auf definitiv vollgas die eier kein hit kein hit nach er war noch im macht er da tatsächlich noch einen vierten das hatte ich noch gar nicht auf dem schirm dass da noch einer kommt schlecht brutzler brutzler jawohl nein er steht schon wieder so dass ich ihn nicht sehen kann und er trifft mich damit brutzler kommt ich hab's gesehen im hintergrund ich bin voll konzentriert ich rede jetzt gerade nicht so viel es tut mir leid nein 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 du willst mich ins sandwich treiben habe ich schon mitgekriegt Mist fuck das tut weh nein nein der brutzler den brutzler ausgewichen na und er springt weg verdammte axt und ich stehe wieder so auf dass ich natürlich eine kassiert nä nä ne 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 Jungs immer mit der ruhe ich warte Ich habe keine Lust, dass mich der Brutzler trifft, ein Unnötiger. Nein, ich will den anderen wechseln doch. An Brutzler. Da kam der Brutzler. Heb dein Schild. Schild. Ach Mann ey, dass diese Sauferei auch 100 Jahre dauert. Und er kann dem ausweichen. Nein, nein. Sandwich. Ich muss ihn sehen. Ich muss den anderen sehen. Ich kann dem Dicken keinen Schaden machen, wenn ich den anderen nicht sehen kann. Naja gut, chillen wir einen Moment. Ach, diese scheiß Brutzelei ey. Das mal wegtun. Und ich war eigentlich wieder nicht im Bereich des... Nee, 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 nee. Nee, ja deswegen, weil ich... Kommt Leute ey, ganz ehrlich. Nicht cool. Hör auf mir so auszuweichen, dass ich den anderen nicht sehen kann. Ey, das ist... Shitty. Shitty McTitty ist das. Ach ja, der Brutzler trifft schon wieder, obwohl er links vorbeigeht. Treppen hoch wollen wir nicht. Ich hab auch gnadenlos... Ah, shit. Ja. Ja. So. Okay. Also. Bisschen Leben. Keine Heilung mehr. Ich darf nicht... Ich darf den Dicken nicht aus den Augen verlieren. Ich bleib jetzt auf dem Dünnen. Ich darf den Dicken nicht aus den Augen verlieren. Der darf mir nicht so ausweichen, dass sie mich jetzt in Sandwich kriegen. Oder in irgendeine Ecke. Nein, scheiße. Ich hab zu spät gedrückt. Das war schon richtig gut, ey. Das war schon richtig gut. Es geht auf jeden Fall voran. Ich verkrampfe leider ein bisschen am Controller. Weil ich auch immer Schild hochhalten drücke. Obwohl ich's gar nicht bräuchte, sondern ich versuch's mittlerweile nur noch dann zu machen, wenn der Gegner auch einen Angriff startet. F.A. Willkommen zurück. Hey, der Butalubos ist ja auch noch am Start. Nice. Ja, F.A. Du hast schon den ein oder anderen Ausraster verpasst. Aber jetzt bin ich ganz ruhig. Ja, genau. Warid. Ja. F.A. Das war's für heute. Ja, okay. Anderes Pattern. Was passiert hier? Nein, keine Brutzler bitte. Nicht mit den Brutzlern starten. Ich kann sie nicht anvisieren. Ich darf nicht. Ich darf jetzt. Danke. Es geht schon wieder gut los hier. Oh Gott. Nein, er will wieder brutzeln. Dafür kriegt er eine. Bin ich auch mit einverstanden. Okay. Nee, nee. So wird hier nicht ausgewichen. Oh oh. Aua. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ja, ich wusste es, dass da jetzt ein Hit von Ornithokairos kommt. Au. Jetzt bin ich dem Brutzler ausgewichen. Aber die Arschbombe hat mich erwischt. Oh. Jetzt habe ich auf den Dicken geguckt und nicht mehr den Kleinen im Blick gehabt. Deswegen ein Treffer. Autschi. Ja, da habe ich zu lange das Schild oben gehalten. Mein Fehler. Oh. Ach, da kam er angeflitzt. Da kam er angeflitzt. Okay. Das ist die Chance für den Dicken. Hit. Jawohl. Nice. Jawohl. Nee, nicht gut. Nicht gut. Wow. Autschi. Leute, Leute. Langsam. Chilt mal einen Moment. Ich hatte kurz Panik. Ah, nee. Jetzt darf ich nicht zuschlagen. Jetzt darf ich. Autsch. Jetzt muss ich heilen. Muss ich ganz schnell weg hier. Ja, das ist okay, denke ich. Nee, ist nicht okay. Jetzt sehe ich den Kleinen zu wenig für meinen Geschmack. Ja, so, jetzt. Wow. Der eine hat mir die Ausdauer weggeknallt und der andere hat mir Schaden gemacht. No. Nee, nee, nee. Macht mal nicht. Ah, er hüpft wieder weg. Verdammt. Der Fette weicht besser aus als du. Ja, guck mal an, wie agil der ist. Ey, für seine Größe. Hm, shit. Nein. Es sah schon wieder so gut aus. Ich wollte, glaube ich, zu viel wieder den dicken Schaden. Und ich habe gerade am Ende einfach Heilung gehämmert, obwohl mir klar war, dass ich erstmal sicher sein muss. Absolut mein eigener Fehler. Nice try. Ja, danke schön. Das fand ich jetzt, das war okay. Danke, danke. NT. NT, NT. Das ist, wenn du mit Russen Counter-Strike spielst und die dann am Ende von einer Runde, wenn du dann irgendeiner einen halbwegs guten Versuch hingelegt hat. NT, NT. Da denke ich immer von, was wollen sie jetzt mit Enten? Also, anfangs dachte ich das. Mittlerweile weiß ich, was sie sagen, aber... Da habe ich mich wirklich gefragt. Was die mir sagen wollen. NT, NT. Ja, ich spreche noch kein Russisch. Dauert noch. Muss ich noch mindestens 1000 Stunden Counter-Strike spielen. NT. Trink ich gerne, ja. Ja, ich komme schon ganz gut hier mittlerweile durch, ohne Schaden zu kriegen. Und aber, ey, 10 Flakons brauchst du bei dem, ne? 10 Flakons brauchst du einfach. Bei den beiden hier. Das ist aber schon auch krass. Ah, er brutzelt. Ich habe es gerade im Hintergrund gesehen, dass da wieder ein Brutzler ankam. Und ein Brutzler, der durch einen dicken Stahlhammer hindurch Schaden machen kann. Ja, komm mal her. Kommt mal her, ihr zwei. Wow. Ach, nee. Die sind aber auch echt... Nee, der Dicke ist mir zu nah. Ach Mist, ich hätte ihm Schaden machen können. Ärgerlich. Mist. Ja, zumindest kriegt man keinen Schaden, wenn man am Boden liegt. Das wäre ja noch der Oberhammer. Ah, ich glaube, er hat den Oberhammer. Er schleppt den Oberhammer mit sich rum. Ja, ihr wollt mich. Ich weiß. Ich will aber eine Runde heilen. Das wäre cool. Verdammte Axt, ey, Leute. Ja, und jetzt der Brutzler wieder, ohne dass ich ausweichen kann. Jawohl. Perfekt. Das war wieder so ein... Ja. Was zum Teufel? Warum? 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 Felix? Ah. Immer wieder in den gleichen Bossrennen, seit Stunden. Uthalo-Boss hat heute schon zu viel Counter-Strike gespielt. Er fängt an Russisch zu reden. Okay, ich hänge in seinem Schild. Nein, das macht Schaden. Ich will nicht mit Schaden hier reingehen. Okay, diesen Angriff habe ich auch noch nicht gesehen. Nee, nee Jungs, nee, mach mal nicht. Brauchen wir gerade nicht. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. So, jetzt. Hi. Und wer seid ihr? Nee. Warum wechselt er denn nicht auf den anderen Gegner, man? Mann. Ich drücke die Taste, dass er das Ziel umschalten soll, aber er macht es nicht, wenn er außerhalb vom Sichtfeld ist. Ich kann nicht... Jetzt ging es, obwohl er außerhalb vom Sichtfeld war. Manchmal geht es, manchmal nicht. Ja, dicker Dick-Sack. Ach. Okay, mein Schild war oben. Ich weiß nicht, was mich hier gerade getroffen hat. Keine Ahnung, was so viel Schaden gemacht hat gerade. Wichtiger Damage. Wichtiger Damage auf dem Dicken. Ich bin... Das war's. Das Menü war Trial and Error. Oh mein Gott. Mein Schild war oben. Ich war auf dem richtigen gelockt. Es hätte keinen Schaden machen dürfen, diese Nummer. Ich habe trotzdem welchen erhalten. Postal 2, Alter. What the fuck? Au. Nein. Okay, man kann ihn. Ich habe gerade... Er war gestagert. Er war... Er war... Er war... Kurzen Moment... Warum? Wie habe ich das gemacht? Der Kleine war gerade einen kurzen Moment... Halt so... So hier so betäubt. Huh. Ich finde es witzig, FA, wie du es CD-ROM nennst. Ja, der ist da wie giebigen, ja. Okay. Wieso kam er jetzt so nah an mich ran? Das war jetzt eine knappe Nummer, dass ich hier durchgekommen bin. Oh oh. Nicht hauen. Hehehe, drüber gehüpft. Wie habe ich ihn gerade gestagert, den Boy. Okay. Uff. Und jetzt habe ich gerade so hart... Ah, okay. Die... Den kann ich nicht blocken, weil der so von der Seite kommt. Okay. Hey. Ja, den Brutzelschaden, den... Uff. Naja, da war schon wieder das Problem, dass ich nicht beide seh... Bitte was? Nicht beide sehen konnte, würde ich sagen. Ha, ha, oh, 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 oh. Da war jetzt ein bisschen Glück dabei. Wow, ich habe ihn nicht gesehen, wie er angeflitzt kam. Äh, ähh, ärgerlich. Tja. Ha. Ich hab's einfach zu eilig. Ich nehm mir jetzt Zeit. Ich versuch mir jetzt noch mal Zeit zu nehmen. Ich, also... Bitte was? Das Loch in der CD-ROM hat seinen Ursprung in der Größe in einer alten niederlichen 10-Cent-Münze. Diese hatten die Entwickler von Philips ständig in ihrem Geldbeutel. Was? Ich, keine Ahnung, ob ich mich daran noch überhaupt erinnern kann, morgen nach dem Aufwachen. Wenn wir jetzt noch ein bisschen drüber reden, auf jeden Fall, aber... Ich wusste nicht, dass ich dieses Wissen brauche. Ist das... Wieso gibt es dafür ne... Was soll das? Warum hat man nicht einfach ein Zentimeter-Maß oder sowas in der Richtung genommen? Anderthalb Zentimeter. Aber ich glaube, mich daran zu erinnern, dass ich das Loch in der Mitte einer CD-ROM tatsächlich schon mal ausgemessen habe. Und das hatte so eine ganz komische Größe. Also tatsächlich so eine ganz, ganz komische Größe. Ja. Lass mal, Jung. Lass mal. Hm, natürlich kommt er von links. Und ich stehe wieder auf. Super langsam. Und das Einzige, das ich morgen noch kenne oder weiß, ist dieser gewaltige Hammer, ja. Dieser viel zu große Prügel von diesem Typen, der einen viel zu kleinen Kopf und zu kurze Arme für die Körpermaße hat, der sieht komplett unförmig aus. Ey, ich hätte auch... Boah, ich will auch ne Figur von dem. Das ist ja mal mega cool. Och komm. Musste er jetzt so nah dran sein, dass er mich treffen kann. Ja, und sie lassen mich nicht saufen. Nein, ich hab... Nein, nein. Hört auf. Ich will doch nur einen Schluck trinken. Aber wenn ich jetzt X drücke, dann kommt er wieder. Ja, guck mal. Das ist halt Absicht. Du dummes Spiel. Das ist halt Absicht. Exakt in dem Moment, in dem ich X gedrückt habe, hat er seinen Brutzler gemacht. Exakt. Aber zu 100%. Als hätte ich es getriggert. Dass er den Brutzler macht. Bis der ausgetrunken ist, liegt der Boss. Oh Mann. Ich weiß ja nicht, wie lange du für Tee brauchst, aber... Ach. 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 Naja, wie gesagt, also den Kleinen kriege ich schon, aber ich möchte unbedingt dem Dicken Schaden machen, bevor ich den Kleinen kille. Und das ist das, was mich kaputt macht. Das ist das, was mich kaputt macht, weil in dem Moment, in dem ich dem Dicken versuche Schaden zu machen, der Kleine einfach exakt in dem Moment durch den Dicken durchsticht. Nein, wo ist der Kleine hin? Nein, ganz schlecht. Ey, das Schild war oben. Ich habe die Taste, ich habe die Taste fürs Schild gedrückt. Ich habe die Taste gedrückt und er drückt mir den Schaden einfach durchs Schild durch. Hoffentlich eine Kanne und keine Tasse. Ein Kanister. Sehr gut. Das wird, also das wird auf YouTube einen Zusammenschnitt geben. Das kann ich, das kann ich nicht hochladen. Das muss ich zusammenschneiden. Die Axt ist eine Krude Kampf-Axt plus 4. Also die ist schon einmal hochgelevelt von der Standard-Axt. Das ist immer noch die Axt, die ich am Anfang hatte. Die habe ich fett hochgelevelt. Ich könnte ja mal... Also ich meine, die macht schon Schaden an die beiden hin. Soll ich mal probieren, mir ein paar Seelen zu farmen und eigentlich... Oh, ich habe aber keine Lust jetzt Seelen zu farmen. Oh, lame. Ich hatte vorhin 16.000 und habe sie nicht in das Leveln der Axt gesteckt, leider. Ja. Lass mich vorbei, danke. Ui, da kommt er wieder angeflitzt, der Gude. Nicht gecheckt, dass er einen Angriff macht. Oh, der Brutzler. Also ich kann auch den Schaden von der Seite blocken, aber... Ich muss jetzt einmal kurz saufen, Jungs. Der Brutzler ist wieder am Start. Der Flitzer, der Brutzler, die Arschbombe. Und wenn dann die Arschbombe eine Brutzelbombe wird, dann ist es heftig. Das hatten wir nämlich auch schon. Dass die Arschbombe zur Brutzelbombe wurde. Er hätte mich doch den Angriff zumindest ausführen lassen können. Ihr seid so zwei richtige Arschgeigen, ey. Derjenige, der euch beide entwickelt hat, ne? Dem würde ich gerne mal die Hand schütteln. Sehe ich den Affen da hinten wieder nicht mehr. Das ist schlecht. Ich auch, ja. Aber aus anderen Gründen. Vermutlich. Ey, Mike. Ich bin absolut neidisch darauf, dass du eine Statue von Ornstein am Start hast. Ganz ehrlich. Ich will auch. Was kostet sowas? Unbezahlbar wahrscheinlich, ne? Unbezahlbar. Ach, ja. Ich war schon wieder gierig nach Schaden. Aber ihr habt es gesehen. Jetzt war er wieder so kurz... Als ob ich es getriggert hätte, ne? Hahaha. Direkt beim Saufen holt er seinen Brutzler raus. Hä? Ach so. Ja klar. Natürlich steht Ornstein wieder hinter seinem Kumpel und sticht ihm von hinten durch die Brust ins Auge, damit er mich treffen kann. Leute, 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 ey. Ins Auge. Ja, stimmt. 90 Euro. Okay. Ist aber schon ein bisschen was, ey. Ja. In den Bauch. Ja, dieses Duo, ne? Wie die zwei da rumstehen. Oder vor sich herlaufen. Das war aus diesem Drachen-MMO für die Konsole. Diese Goblins aus diesem Drachen-MMO. Äh, wie hieß denn das noch? Ich weiß es gar nicht gerade. Irgendwas mit Drachen. Wo ist der Dicke? Leute, ich brauche einen ganz kurzen Moment, um hier rauszukommen. Ja, und dann hat man anvisiert und er rollt in den Gegner rein. Ja, perfekt. Wie heißt denn das noch? Das ist kostenlos, glaube ich. Auch jetzt auf dem PC und so. Ach ja, der Brutzler muss natürlich kommen, wenn ich heal. Ja, meine X-Taste, die triggert den Brutzler. Wie heißt dieses Spiel nochmal? Nein, ich habe aufgehört, mein Schild hochzuhalten. Oh, nein, Leute, stopp! Neverwinter, genau. Ja. Warum habe ich, weil es dann Drachen gab, habe ich Drachen-MMO im Kopf. Keine Ahnung. Ich denke immer, das heißt irgendwas mit Dragon, aber das heißt so nicht. Da gab es, glaube ich, mal ein Add-On, das so hieß. Es gab bei W.O.W. den Dragonflight Add-On, aber bei Neverwinter gab es, glaube ich, auch so ein Dragon-Irgendwas-Add-On. Oder Erweiterung dann halt. Neverwinter, ja. Das habe ich auch mal irgendwann wieder angemacht. War dann aber... Ich weiß gar nicht. Da ging es voll ab, ey. Da ist auch immer noch voll viel los. Also gerade, weil es halt, glaube ich, auch das einzige... Naja, es gibt zwei MMOs auf der Konsole, glaube ich. Das eine ist... Hier, Skyrim. Die Elder Scrolls Online und das andere ist Neverwinter. Das sind, glaube ich, die zwei MMOs, die du auf der Konsole spielen kannst. Und deswegen ist ein Neverwinter da ziemlich groß. Und ich glaube, die haben mittlerweile auch Crossplay und alles. Aber einen ziemlich verwirrenden... Einen ziemlich verwirrenden In-Game-Shop. Darf's glauben. Sonst wird man nur von Mitgliedern geflamed. Also hier, Elder Scrolls Online kann man super auch alleine spielen. Da würde ich auch gerne mal wieder reingucken. Ach so, ja, genau. Andere Mitspieler hassen dich, wenn du nichts kannst. Hallo. Na, Großer? Bist du hier, um meine Axt zu probieren? Warum? Warum habe ich jetzt gerade da Schaden bekommen? Ah, er brutzelt. Ich habe es genau gesehen. Boah, Leute. Der eine sticht ihm durch den Bauch von hinten durch, trifft mich. Ich habe einen kurzen Moment, in dem ich mein Schild nicht hochhalten kann. Und genau da haut der andere mit dem riesigen Hammer von oben mir auf meine 12. Die These fandest du nervig, weil die Gegner so schnell respawnen. Ähm, das kann sein, dass das so war, weil du, weil so viele Leute da sind, die, das ist bei allen MMOs heutzutage eigentlich so, dass die, ähm, automatisch den Respawn erhöhen, wenn die Gegner immer instant gekillt werden. Das ist, wenn viele Spieler da sind, dass die noch die Gegner für die Quests finden, dass die nicht ewig rumlaufen müssen. Also das ist eigentlich eine gute Sache, aber kann natürlich in bestimmten Momenten nervig sein, verstehe ich. Ich bin eigentlich ein Freund von den Vorgehen, tatsächlich in MMOs. Also wie gesagt, das Nervigste an den beiden ist tatsächlich die fehlende Hitbox, die sie untereinander haben. Ähm, die können nicht durcheinander durchlaufen, das ist ja schon mal was. Aber dass der eine durch den anderen durchstechen kann, das ist, das, ja, das muss nicht sein, oder? Also sind wir mal ehrlich. Das ist unfair für den Spieler. Ich hab kein Problem mit Schwierigkeit, wenn ein Spiel schwer ist, so, wenn du es nicht schaffst, dann bist du halt kacke, okay. Bin ich halt kacke, kein Problem. Aber wenn, solange es fair ist, und das ist halt unfair. Und jetzt hier in so einem Spiel, das eigentlich größtenteils fair ist, dann einen unfairen Boss reinzumachen, ah, finde ich schwierig. Finde ich wirklich schwierig, diese Entscheidung. Haha, er weicht dem Schlag halt aus, ne? Ach so, ja, stimmt. Ich hab ja vergessen, dass er mit dem Hammer vor sich herschiebt. Und dann noch genug Power hat, um nochmal fett eine mitzugeben. Ey, ich will deinen Kumpel sehen. Hör auf, dich jetzt hier zu verstecken. Äh, hier so richtig dumm im Kreis zu laufen. Nee, er brutzelt mir noch einen rein. Und ich trink und ich hab keine Nichts. Das ist, das ist einfach so was von... Eine miese Nummer. Ah. Ich würde wirklich gerne deinen Kumpel sehen. Ach, ja, 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 klar. Ah, ich vergaß. Ich stech ja durch meinen Kumpel einfach durch. Das ist... Hey, so macht man das heutzutage. Ach. Ach. Das gibt keine YouTube-Folgen. Das sind jetzt... Das wären zwei Folgen, in denen ich nur in die zwei Jungs reinrenne, die ganze Zeit. Hahaha. Hahaha. Okay. Ähm. Hilft es mir denn, dass ich mehr Schaden mache an denen? Nee, auch nicht. Ja, wobei doch, ich war ja schon mehrfach davor, kurz davor... Ich bin am überlegen, ob mir dieses Menschlichkeitsding irgendwie hilft bei der ganzen Sache. Aber ich habe keine Ahnung, was das die Menschlichkeit bringt. So, ich mache jetzt nochmal einen Versuch. Und danach machen wir uns menschlich. Danach mache ich mich menschlich und dann gucke ich mal, ob das irgendeinen Unterschied macht. Ich habe keine Ahnung, was das für das Spiel bedeutet, menschlich zu sein. Vor allem habe ich ja dieses geheime Ritual. Das habe ich ja schon festgestellt. Das Entflammen. Ich weiß nicht, ob ich dann zum Super Saiyajin werde. Das kann ich ja noch nicht mal. Keine Ahnung, wo ich das verpasst habe oder so. Keine Ahnung. Na ja, irgendwo am Leuchtfeuer war mal... Habe ich mal irgendwie probiert oder so. Ich weiß auch nicht mehr genau. Und dann sah ich aus wie ein Junge. Dann war ich keine Holzpuppe mehr. Oh, ich weiß nicht mehr. Nee, er macht... Ich hatte mein Schild oben, ihr habt es selber gesehen. Ich habe keine Ahnung, ob das einen Unterschied macht. Ich bin doch auch so doof, ne? The Finals? Ja, ja, verfolge ich schon seit einigen Wochen. Ich bin so blöd, ne? Ich überlege die ganze Zeit so, verstärke ich meine Waffe nochmal, bla bla, brauche ich Sachen, muss ich Seelen farmen, bla bla. Ich habe hier einen Haufen Scheiß dabei. Ich weiß nicht mal, wie viele Seelen mir das gibt. Wahrscheinlich so viele, dass es dreimal reicht. Also, aber ich will es jetzt nicht verschwenden. So, wir gehen mal auf eine Menschlichkeit. Und das Entfachen, und das Entfachen weiß ich halt nicht. So, Entfachen weiß ich nicht, ob das irgendwas bringt. The Finals. Ja, da bin ich auch schon am überlegen, ich würde es schon gerne mal spielen. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich mag Spiele nicht, in denen die Time to Kill einfach so unnötig hoch ist. Aber ich glaube, dort geht's. Und was ja ziemlich cool ist an dem Spiel... Ist die Zerstörung, die Umgebungszerstörung. Da will ich schon mal reingucken. Aber man muss ja auch mindestens drei Leute sein, oder sollte zumindest. So alleine ist irgendwie scheiße, würde ich sagen. Oder gibt's da einen Singleplayer? Solo-Matches, gibt's da sowas? Weiß ich nicht. Wäre natürlich witzig. Würde ich auf jeden Fall mal gucken. Ich will's mal ausprobieren. Ja, eben, genau. Man kriegt ja dann irgendwelche Randys, und... Ich weiß nicht, ob ich mit Randys da... Was haben könnte in dem Spiel. Deswegen... Mal gucken, ob sich da mal irgendwann ein Dreier-Trupp zusammenfindet. So, wie mache ich das jetzt? Kann ich hier links einfach durchrennen zu dem Schmied? Oder wird mich dann jemand... Ja, der Kollege, der da kommt, ne? Aber ich könnte ja auch zu dem Schmied, in dem ich die Treppen hochgehe, da drüben. Das hier, komme ich hier auch irgendwie hoch? Ne. Weil dann kann ich auch gleich noch die Waffe ein bisschen besser machen. Theoretisch. Ja, komm. Why not? Ich brauche aber halt kleine Scherben dafür, oder? Oder nur Seelen. Egal. Ich gehe jetzt mal zu dem Schmied, und dann... Leveln wir die Waffe auch nochmal hart nach oben. One-Hit-Kill. Okay. Dann weiß ich halt nicht, was jetzt mir hilft. Ob es die Menschlichkeit war, oder... Die ultraverstärkte Waffe. Also, was brauche ich denn dafür? Nee, nicht das Großschwert, sondern wir wollen natürlich die krude Kampfaxt, große Scherben und ein paar Seelen. Alles klar. Und ich habe Münzen. Okay, das gibt 10.000. Das müsste erstmal reichen. Hallo. Okay. Oh. grüne sterbe scherbe funkeltitanit habe ich jetzt noch genug was fehlt mir jetzt noch es geht plus fünf erwirbt die beste waffe durch krude verstärkung okay erfolg freigeschaltet so und jetzt kann ich glaube ich das macht das rückgängig verstehe ach so das ist jetzt das maximum sehe ich das richtig ich habe die waffe aufs maximum verstärkt ja deswegen habe ich auch diesen erfolg gekriegt war göttliche keule plus fünf habe ich denn hier noch irgendwas spannendes was irgendwie astoras schwert weiß ich nicht großschwert plus fünf bräuchte ich kleine scherben rickhards gegen drachenzahn wait das ist eine waffe ich habe das vorhin aufge... moment wait what was für eine waffe ist das da drachenzahn 18 kilo schwer acht du scheiße großhammer okay stärke 40 benötigt ja vergessen wir das mal wieder so meine axt ist höchstes level das hat jetzt nicht so viel gemacht zumindest weiß ich dann dass es eher an der menschlichkeit vielleicht liegt keine ahnung ich kann es halt auch überhaupt nicht einschätzen so bisher hat das wenn ich menschlich war nie nichts gebracht wait moment wieso hat der mir gerade so weh... okay warte was das war jetzt ein bisschen unnötig weil er mir direkt wieder eine mitgegeben hat hey wow okay chillt mal einen moment ich glaube der brutzelsperr hat mir kaum schaden gemacht gerade ich glaube der brutzelsperr hat einfach null schaden gemacht eben ja nee okay es macht keinen unterschied ich verstehe immer noch nicht was die menschlichkeit bringt es ist es macht keinen unterschied das war nicht besser wenn er sich in der Hand ist es wird sinnvoll also wenn er sich in der Hand vers profesional ist denn auch für uns weil wir sind wenn wir die Lage sind das war nicht so wir sind das war nicht so das war nicht so und das war nicht so das war nicht so das war nicht so bin ich vielleicht einfach zu blöd um es zu erkennen kann mir kann mir jetzt also wirklich macht die menschlichkeit in diesem kampf irgendeinen unterschied gibt es hier einen unterschied den ich einfach nicht sehen kann das ist eine ernst gemeinte frage und ich bitte darum dass sie mir irgendwer beantwortet weil ich nicht verstehe was es bringt ach jetzt gerade das schild runtergenommen ist doch egal machte jetzt platt du sagst doch so leicht das ist aber nicht leicht nämlich wird es ja rein aus interesse ist ja ein ja oder nein frage also wenn irgendwer hier ist der sagen kann ja die menschlichkeit macht einen unterschied oder nein die menschlichkeit macht keinen unterschied in diesem kampf wenn wenn ja dann er sich halt einfach nicht dann habe ich dann ist verstehe ich nicht keine ahnung dann meines wissens nicht ja gut okay guck mal dann ist das dann verstehe ich das dann verstehe ich immer noch nicht was die menschlichkeit bringt ein bisschen mehr schaden würde ich gerne an den dicken hin machen und na klar oh nein ich stehe genau wieder in so einem zeitfenster auf in dem scheiße phantome beschwören keine ahnung was das ist auch ich nicht also menschlichkeit macht keinen unterschied das ist jetzt aber das ist jetzt schon wieder phantome beschwören das ist wieder mehr information als nach der der ich gefragt habe aber gut habe ich mal gehört in dem moment weiß ich jetzt nicht ach moment okay nicht also ich wusste nicht dass das nur funktioniert wenn ich menschlich bin ich dieses phantom ach so nee du meinst du ach so dass ja 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 wo diese dicke lady kam plötzlich angefangen hat mich anzugreifen nachdem ich die die menschlichkeit dargeboten habe oder die hülle irgendwie irgendwie sowas dass die nummer okay verstehe da war ja so eine dicke lady die irgendwie dann plötzlich kam und rot geleuchtet hat ja gut aber dann brauche ich ja da keine menschlichkeit verschwenden das ist ja dann das ist ja ein quatsch wenn das mir jetzt nichts bringt auf die leistung bezogen das klingt so wie deine leistung ist sowieso untermenschlich hilft nichts kannst doch untot bleiben das habe ich gesagt ja blitzt er ja er flitzt klonk ach komm sonst war ich der fünfmal aus und jetzt manchmal war ich da gar nicht aus dann war ich da fünfmal aus jetzt will ich ihm schaden machen so jetzt kann ich dem dicken keinen schaden machen weil der dünne dahinter steht und der dicke so blöd vor mich springen dass ich den dünnen nicht sehen kann der brutzler ist am start herr drachentöter könnten sie bitte aufhören mir ihre brutzelei um die ohren zu werfen die nervt ich bin wirklich am überlegen jetzt erst den drachentöter wieder zu killen weil den kriege ich halt tot und dann ist der andere mächtiger eigentlich ich möchte aber ich möchte nicht gegen die brutzler arschbombe kämpfen die brutzler arschbombe war mies so den drachentöter den kriege ich schon ja ja mir war bewusst dass ich den abkrieg nein abkrieg nein abkrieg nein abkrieg nein Untertitelung des ZDF, 2020 Mist, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst, Scheiße Er hat echt was gegen meine Heilung, ne? Ja, ich find den Kurzen nicht so wild, der hier so durch die Gegend flitzt Der Dicke macht mir viel mehr Sorgen, wenn er, also sobald er, gut Ne, ich hab den, den, den dünnen ja noch nicht, äh, gesehen, wenn er, wenn er seine Superkräfte kriegt Ich möchte schon Den, den Kleinen zuerst Zuerst killen, auf jeden Fall Aber, ich möchte mir halt den Dicken nicht unnötig schwer machen, indem ich Ihm jetzt leben lass Lass mich bitte auf den anderen schauen, danke Komm, fang mal an Irgendwas zu hauen Danke Das ist für den, für das bisschen Schaden Nein, ich hab, oh, okay Ja Okay Nein, nein, nein Nein, 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 nein Maximaler Disrespect Oh, der hätte doch jetzt durchgehen können Komm Zumindest der eine Hit noch Ach, er weiß, wann ich zuschlag Er weiß es Ey, warum? Ich hab die Taste gedrückt, ja, aber Nicht, im Leben nicht so spät Ach, und da ist er schon wieder tot Ich muss die, ich muss die jetzt Ich muss das nochmal probieren, ne Ich kann das nicht auf mir sitzen lassen Das geht schon viel zu lange Oh Mann ey, und ich Bei dem Versuch Bei dem ich Ornstein schon kaputt hatte War halt auch Smaug schon halb tot Und Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meiner Performance hier die Gegner zu dodgen. Darin bin ich mittlerweile gut so ihr zwei ach er brutzelt sich wieder ein aber was für eine homing missile okay wir haben einmal alle aneinander vorbeigeschlagen nicht abhauen natürlich das ist halt auch so ne es sticht ihm da durchs knie habt es gesehen wie er ihm da durchs knie sticht ich sehe nix ich sehe nix ich sehe nix ich wurde von zwei es war wieder die sandwich situation warte mal moment mir fällt gerade was ein ich habe letztens was gekauft hier bügt waffe der rechten hand feuer hinzu das benutzen wir jetzt mal gift wäre bei den beiden boys wahrscheinlich besser aber egal ich habe schon ich habe überlegt ob ich auch gift kauf aber jetzt haben wir da eine feuer axt zumindest klingt es bedrohlich feuer axt feuer ist immer gut okay woher habt ihr eigentlich wie kann man diesen twitch rückblick emotes und bedges und keine ahnung was wo wie kriege ich die was muss ich dafür tun ich gucke eigentlich eh nicht so viele leuten zu von dem her ist es eigentlich egal aber wäre trotzdem witzig ist das schon vorbei könnte auch sein dass es einfach schon vorbei ist ja beim jahresrückblick das hat der fa auch schon gesagt was ist der was ist der jahresrückblick also ouch so 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 hey kannst du mal was ist das denn jetzt hier für ne und zumindest brennt meine waffe jetzt aber das habe ich okay dann müsste ich das auch haben weil ich habe diesen jahresrückblick eigentlich angeguckt also dass diese e mail gelesen und angeguckt ach wie kurz ist denn das feuer aktiv holy shit ja das okay vergiss es das kann ich mir nicht da habe ich keine zeit für während diesem kampf ich bin froh wenn du warst du wahrscheinlich engagiert genug jetzt treffe ich ihn nicht ärgerlich nein ach mist warum versuche ich zweimal zu hauen und schon wieder versuche ich viel zu viel schaden rauszukriegen ich versuche zu viel schaden rauszukriegen aus diesem kurzen moment das wird das wird ein haufen arbeit das zusammen zu schneiden boah aber wenn es fertig ist wird es ein wildes video werden das schlimme ist bei so bei so wenn man so was zusammenschneidet dass die zeit ist nicht das schneiden sondern das rohmaterial anschauen das dauert ewig weil du musst ja quasi den ganzen stream nochmal durchgucken und du warst ja live dabei du guckst dir selber noch mal dabei zu dass es harte arbeit ich sag's euch außer man ist unglaublich selbstverliebt und sieht sich einfach gerne selber dabei zu so jeremy fragrance mäßig bei dem könnte ich mir das vorstellen der guckt sich seine eigenen videos noch tausendmal im nachhinein an so so Scheiße, ich habe das Schild nicht hoch genug bekommen. Ich habe gerade den Ornstein aus dem Fokus genommen, um den Dicken zu fokussen. Wow, 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 ihr zwei, ey, ihr zwei verdammten Ratten. Nee, er sticht schon wieder durch seinen Kumpel durch. Das ist uncool, das ist uncool. Aber man kann, das ist aber auch eine Sache. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass kein Boss so viel Zeit wieder in Anspruch nimmt. Ja, ich meine, es ist ja safe, dass es passieren wird. Also irgendwo ist es ja auch eine Verlässlichkeit. Ach komm. Natürlich gerate ich jetzt in den Zyklus, indem er das zweimal macht. Die Hauerei. Das ist gut, das ist gut. Da kommt der Brutzler. Da hatte ich keine Ausdauer mehr. Wo ist der Brutzler? Nein! Oh, okay, irgendwie war das wohl ein Block. Ach komm. Er mag meine Heiltränke so überhaupt nicht, ne? Er hat so ein Riesenproblem mit denen. Aber es ist auch so safe, dass er mir von hinten eine draufknüppelt, wenn ich seinen Kumpel angreife. Es ist so safe. Hau den Dicken weg. Nee! Der Gegner würde mich das auch stören. Ja. Nein, ich will den Dicken nicht weghauen. Ich will den Dicken nur schwächen, um dann den Kleinen wegzuhauen. Weil ich finde den Dicken... Ich weiß nicht, was seine Superkraft ist hier vom Kleinen. Ich weiß nicht, was seine Superkraft ist. Und das macht mir Angst. Nee. Aber wie er einfach es ist, als würde ich es auslösen, ne? Als würde ich es auslösen. Komm, kriegen wir dem Dicken noch eine mitgegeben. Bevor ich den Kleinen platt machen muss. Ja, kriegen wir. So. Super. Perfekt. So, und jetzt der Kleine. Und hier nehmen wir uns jetzt einfach die Zeit, bis wir den Abstand haben vom Großen. Ich meine, wenn ich dem Dicken jetzt noch eine mitgeben kann. Ja, genau da drauf habe ich gewartet. Perfekt. Das ist der Moment. Oh oh, das war schlecht. Jungs, immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Ja, ihr habt ein Problem mit mir. Ich mit euch. Scheiße. Schlecht. Oh, ging noch. Alles easy. Ah, diese Brutzelei. Komm noch mal ein bisschen weiter weg, Orni. Orni Tokairos. Ist, glaube ich, ein Dinosaurier. Ja. Nein. Nein. Oh. Zum Glück konnte ich noch ausweichen. Ich wollte ihm gerade eine klopfen. Mist. Ja, ich weiß Bescheid. Du kriegst jetzt super Kräfte. Du kriegst jetzt den Brutzelarsch. Ah, wo ist er? Wo ist er? Da. Nein. Lass mich anvisieren, bitte. Ah. Hilfe. Oh. Okay. Nein, der ist ja wieder voll. Der ist ja wieder voll. Scheiße. Okay, es hat sich erledigt. Scheiße. Jetzt hat er es bemerkt. Ihr seid doch Schweine, ey. Oh, Mann, ey. Ja, er haut nochmal in die andere Richtung. Ja. Ah, nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Weg, rechtzeitig. Gerade noch so. Oh, warte, 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 warte. Ich wollte etwas tun. Nein. Och. Nee. Scheiße. Oh, jetzt wird es, jetzt wird es wild. Jetzt wird es wild. Psch, nein. Och. Und ich war so, ja klar. Es bringt überhaupt nichts. Es bringt überhaupt nichts. Den einen erst, den einen erst runter zu klatschen. Das war mir beim ersten Mal nicht aufgefallen. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Oh, nein. und ich versuch nach drei stunden ich versuch drei stunden lang beide irgendwie halbwegs runter zu prügeln fa alles klar ja gute nacht mike ja es könnte sein dass du recht hast gut hallo boss dosa alles klar schön dass ihr da wart jungs ich würde gerne ich bin auch echt noch fit und habe auch eigentlich noch lust aber ich muss auch ins bett ich muss schlafen gehen ich kann ich kann es leider nicht und es war so knapp ja so ist das aber das spiel macht schon spaß auch wenn ich mich heute tierisch aufgeregt habe ich habe geschimpft wie ein rohrspatz wie man so schön sagt meine augen sagen tatsächlich was anderes dass ich echt auch schon langsam ins bett sollte aber das adrenalin in diesem spiel ich habe nicht damit gerechnet